Das ist die Stärke dieser Tabelle, dass sie verschiedene Aspekte erfasst. Dass man dann sehen kann, sprechen wir von Risiko für den Konsumenten selbst oder sprechen wir über das Risiko für das Umfeld. Und dadurch verschieben sich ja auch die Plätze in dem Ranking. Alkohol ended up being number one on the list eventually, when we looked at a more sophisticated analysis, and tobacco was up there at about six or seven. Das ist die Stärke dieser Tabelle. Das ist die Stärke dieser Tabelle. Das ist die Stärke dieser Tabelle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020